Auf 4000 Kilometern, von Chicago bis an die Pazifikküste, bekommt man die USA perfekt portioniert. Dörfer, Metropolen, Wiesen, Wüsten und viel amerikanische Geschichte. Stets begleitet von einem Mythos, der jedem Teil dieses ganzen Innen zu wohnen scheint, die Route 66. Durch zahlreiche Filme, Bücher und Legenden wurde der Mythos der Route 66 geprägt. Ob auf zwei oder vier Rädern, wenn man die Main Street of America bereist, dann findet man tatsächlich das, was man sich dort wünscht. Motels mit riesigen Neonschildern, endlose einsame Landstraßen, Art, Deko, Diner und auch sonst viel Nostalgie. Die Route 66 eignet sich für USA-Einsteiger, wie auch für Insider.